Aus Schnittstellen werden Verbindungen mit dem Zusammenschluss von Geberit und Keramark. Das sind Marie und Paul. Sie planen den Ausbau ihres Hauses und freuen sich schon jetzt auf ein neues, modernes Bad. Das soll vor allem qualitativ hochwertig und zugleich optisch ansprechend sein. Mit der Sanitärmarke Geberit als Partner an ihrer Seite geht das noch einfacher und professioneller. Durch den Zusammenschluss von Geberit und Keramark werden die Kompetenzen beider Marken gebündelt. So entsteht ein breites Produktportfolio mit modern-funktionalem Design vor der Wand und Installationstechnik hinter der Wand. Stets mit dem Blick auf Qualität und Nachhaltigkeit. Geberit als zentraler Ansprechpartner bietet Kunden und allen Partnern einen Rundum-Service aus einer Hand und mehr Sicherheit im gesamten Planungs- und Bauprozess. Investoren profitieren mit Geberit zum Beispiel von mehr Investitionssicherheit. Sie können sich darauf verlassen, dass die Produkte auch nach vielen Jahren funktionstüchtig bleiben. Mit einer Neuplanung und damit verbundenen Mehrkosten brauchen Sie nicht rechnen, denn ein Nachkauf der gleichen Produkte ist bei Bedarf möglich. Mehr Gestaltungssicherheit erfahren Architekten mit nur einem Verkaufsberater an ihrer Seite. Geberit liefert Inspirationen für die Badgestaltung und ermöglicht eine erfolgreiche Realisierung dank kompetenter Unterstützung und Beratung rund um die Badausstattung vor und hinter der Wand. Geht es um bauliche Anforderungen, erhalten Planer zertifizierte Lösungen. Durch umfassende Betreuung und qualitative Produkte profitieren Sie somit von mehr Planungssicherheit. Den Großhändlern stellt Ihr Geberit-Ansprechpartner ein abgestimmtes Produktsortiment zur Verfügung. Mehr Liefersicherheit sorgt dafür, dass Sie zum richtigen Zeitpunkt die richtige Ware auf Lager haben. Installateure verbauen mit Geberit-Technisch einwandfreie Produkte ohne Mängel. Mehr Verarbeitungssicherheit ermöglicht Ihnen somit einen reibungslosen Bauprozess. Alle Beteiligten sind glücklich, nur noch einen Ansprechpartner an Ihrer Seite zu haben. Geberit behält für Sie den Überblick über den gesamten Planungs- und Bauprozess. Aus Schnittstellen sind Verbindungen geworden. Toll! Das freut vor allem Marie und Paul. Die sind begeistert über den reibungslosen Bauablauf und genießen Ihr neues Bad mit Geberit- und Keramark-Produkten in vollen Zügen.